Redewendung des Tages auf großem Fußleben. Graf von Anjou hatte einen missgestalteten Fuß und um diesen zu kaschieren, ließ er sich übergroße Schuhe anfertigen. Dies gefiel auch anderen und so entstand eine Mode, möglichst große, lange Schuhe zu tragen. Und so wurde es ein Synonym für reiche Personen, die nicht arbeiten mussten und es sich so leisten konnten, auf dem schmückenden, aber unpraktischen Schuhwerk zu gehen.